Die herzlichsten Glückwünsche für das Jahr 2011 und viel Gesundheit sowie Erfolg wünscht Ihnen Herrn Mohamed Ali, USA, New York, LA Herrn Ben Wett, USA, New York Laila Ali, New York, USA Herrn Michael Buffer, USA, New York, LA Herrn Mark Spitz, mehrfacher Goldmedaillengewinner, USA, New York, LA Und, und, und Dann kommen wir zu Bob Beaman Ein toller Mensch, legendärer Weltrekord im Weitsprung Vielen Dank, dass ich Sie kennenlernen durfte, denn Sie sind auch noch in der Jury für Laureus Sport Award Dann die herzlichsten Glückwünsche Johannes Jopi Hestes, der älteste Schauspieler unseres Planeten aus Deutschland, Germany Frau Simone Rätel aus Starnberg, Germany Vielen Dank, dass Sie mir die persönliche Audienz mit Herrn Jopi Hestes mit Ihrem Gatten gestattet haben Vielen Dank nochmal Anlässlich Ihres Legendenfilms 2009 Und zwar in München, Bayerischer Hof Die Vorstellung, das Lebenswerk von Jopi Hestes Gebe nie auf, man ist nie zu alt, ich weiß, vielen Dank Und natürlich darf man Uli Hoeneß, Mr. Courage, Zivilcourage, Münchner Courage nicht vergessen Vielen Dank Ja, kommen wir noch zu Herrn Karl-Heinz Rummenigge, FC Bayern Manager mit Vorbild Kommen wir zu Herrn, ja, zum Herrn Karl Hopfner Vielen Dank, dass Sie mir das erlaubt haben, in Absprache mit den Securities, den Meisterschaftskonso mitfahren zu dürfen So wie ich erfahren habe, waren Sie dafür verantwortlich Also, ich kann so vielen danken Irgendwann lande ich bei den 1700 Präsidenten und Weltstars unseres Planeten Die ich botschaftlich getroffen habe Bei Oli Kahn zum Beispiel Um mehr Aufmerksamkeit für Randkrankheiten, Gendefekte zu bekommen Ja, ich bin der, der mit dem roten Bike immer um die Welt fährt Von Gala zu Gala Also, vielleicht mal auch bei Ihnen Und viel Power und viel Kraft Alles Gute Und das Wichtigste ist, weltweit, vielleicht schaffen wir es, Frieden zu bekommen Oh, jetzt ruft jemand aus Frankreich an Vielen Dank Ja, ich schaue mal nach, wer das ist Also, bis bald und viel Power All the best